Die Bedeutung ist sehr groß für uns Unternehmen. Zum einen ist es der freie Warenverkehr, das heißt, unsere Fahrzeuge können die Grenze ohne größere Wartezeiten passieren. Des Weiteren wurde der administrative Aufwand minimiert, indem wir keine Zollpapiere mehr erstellen müssen und diese Dienstleistungen in der EU mit einer einheitlichen Währung abrechnen können. Ein weiterer Punkt ist die Reglementierung. Die EU reglementiert den europäischen Transportmarkt, indem sie Richtlinien und Gesetze erlässt, an die sich alle Transportteilnehmer innerhalb der EU halten müssen, zum Beispiel Sozialverschriften, insbesondere Lenk- und Ruhezeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017